Energie sparen entlastet nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel. In Ihrem Haushalt verbergen sich unnötige Energiefresser. Mit diesen Tipps sparen Sie Wasser, Heizenergie und Strom. Energie sparen beginnt bereits beim Einkauf. Kaufen Sie energieeffiziente Elektrogeräte. Nutzen Sie LED-Lampen und schalten Sie das Licht aus, wenn Sie Räume verlassen. Vermeiden Sie den Stand-by-Modus und schalten Sie die Geräte lieber ganz aus. Um stromsparend Wäsche zu waschen, sollten Sie die Wäschetrommel ausreichend befüllen. Gute Waschmittel machen hohe Temperaturen und eine Vorwäsche überflüssig. Das spart Wasser und Geld. Verzichten Sie, wenn möglich, auf den Trockner und trocknen Sie die Wäsche an der frischen Luft. Auch beim Kochen können Sie Energie sparen. Achten Sie darauf, dass der Topf auf die Herdplatte passt und verwenden Sie Deckel. Zum Fertiggaren kann oft die Restwärme genutzt werden. Stellen Sie Ihren Kühl- und Gefrierschrank nicht so kalt ein und platzieren Sie diese nicht neben Wärmequellen. Um sparsam zu heizen, kommt es vor allem auf das passende Einstellen der Heizung und auf richtiges Lüften an. Außerdem stellen Sie das Wasser ab, wenn Sie Ihre Hände waschen oder Zähne putzen. Nutzen Sie bei Wasch- oder Spülmaschinen den Öko- oder Wassersparmodus. Sie spülen Ihr Geschirr per Hand. Lassen Sie das Wasser nicht laufen, sondern befüllen Sie das Waschbecken einmal vollständig. Lassen Sie tropfende Wasserhelme und laufende Toilettenspülungen zeitnah reparieren. Sie möchten Energie und Geld sparen? Auf unserer Website finden Sie weitere Infos und hilfreiche Tipps. Spannende Wasser Geräusche Spannende Wasser eran Schölkerpe ход realistischen Sprachen desρχigen Bundesk horns SUSTRES Spannende Wasser Spannende Butter Spannende Wasser Korflation Gazienne Spannende Wasser